Thema dieses Films ist die Embryonalentwicklung. Wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist er bereits weit entwickelt. Innerhalb von etwa 37 Wochen ist der Mutterleib von einem Embryo zu einem Baby herangewachsen. Alles Leben beginnt zunächst mit einer einzigen Zelle. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.